Hallo, hallo, ich bin's wieder, Walle, und heute geht es um den Euro-Rettungsschirm. Der Euro-Rettungsschirm ist ein relativ komplexes Instrument der europäischen Gemeinschaft. Der wird abgekürzt auch ESM genannt, und ich fange mal an, den zu erklären, indem ich mit der Griechenland-Krise beginne. Angefangen hat die ganze Sache eigentlich schon 2001, als Griechenland zur Eurozone beigetreten ist. Damals sah die griechische Wirtschaft allerdings auch nicht so wirklich schön aus, es waren eher geschönte Daten. Und als dann 2008 noch ein überdurchschnittlicher Anstieg des Bruttoinlandsprodukts angekündigt wurde, da waren eigentlich alle wieder halbwegs beruhigt. Naja, 2009 gab es dann neue Parlamentswahlen, und dann kam plötzlich raus, dass das Haushaltsdefizit mit über 12% fast doppelt so hoch war wie vorher. Naja, und wie ihr euch vorstellen könntet, die Märkte waren nicht besonders begeistert davon, die Ratings sinken und die Zinsen steigen natürlich, wenn sowas passiert. 2010 hat Griechenland dann versucht, durch Sparprogramme und Steuererhöhungen das Ganze in den Griff zu bekommen, aber letztendlich mussten sie die Kontrolle an eine EU-Kommission, die dann am Ende Kontrolle über den griechischen Haushalt hat, abgeben. Und das bringt uns direkt zum Euro-Rettungsschirm. Der besteht aus der Griechenland-Hilfe vom Mai 2012, aus dem EFSF, dem EFSM, darauf gehe ich später noch ein, und mitteln des IWFs, also des Internationalen Währungsfonds. So. Im Mai 2010 gab es dann ein erstes Hilfspaket für Griechenland. Das waren 110 Milliarden Euro. 110 Milliarden Euro sind so viel Geld, dass sich das keiner vorstellen kann. Auch kein Politiker. Müsst ihr euch nur mal vorstellen. Das ist eine Unsumme Geld. Trotzdem, die wurde gezahlt, und zwar noch nicht genug. Im Juni 2010 wurde dann die European Financial Stability Facility eingerichtet. Das ist der EFSF. Das sollte eine Gemeinschaft sein, die Kredite mit günstigen Zinsen für Schuldländer auszahlt. Die haben 780 Milliarden Euro Bürgschaft, wieder eine Unsumme, die sich kein Mensch wirklich vorstellen kann. Die existiert auch nur auf dem Papier. Und falls eben das Land nicht zahlen kann, muss die EU zahlen, bis zu diesem Betrag. Das ist eben eine Bürgschaft. Das bedeutet, wenn sich ein Land Geld ausleiht, uns dieses Geld nicht zurückzahlen kann, dann haftet die EU dafür. Dafür werden dann die Zinsen günstiger. Außerdem hatten die noch 440 Milliarden Euro für direkte Kredite. Das heißt, die hatten auch einen Topf, aus dem die an Krisenländer Geld zahlen konnten. Und da das eben so gut abgesichert war, haben die ein AAA-Gütesiegel bekommen von den Ratingagenturen. Und das hat dann für relativ geringe Zinsen gesorgt. Ergänzt wurde das Ganze durch den European Financial Stabilization Mechanism. Der hatte 60 Milliarden Euro reales Kapital. Das ist wieder eine Summe, die kommt so langsam in den Bereich davon, womit Politiker wirklich in normalen Umständen umgehen müssen. Naja, und das kombiniert sich dann zusammen mit den 60 Milliarden Euro realen Kapital zu 500 Milliarden Euro Kredite für Schuldenländer. Zusätzlich zu diesen Krediten müssen sie aber verpflichtende Reformmaßnahmen durchführen. Diese Reformmaßnahmen, naja, sie wurden angeordnet, aber Griechenland hat bisher noch nichts gemacht. Und es gab auch noch keine Sanktionen. Im Juli 2012 wurde dann beschlossen, den EFSF und den EFSM durch den ESM zu ersetzen. Das ist dann der Europäische Stabilitätsmechanismus, auch Euro-Rettungsschirm genannt. Der EFSF und der EFSM laufen dann irgendwann aus. Dazu später. In den ESM sollen 80 Milliarden Euro Kapital eingezahlt werden und 620 Milliarden Euro abrufbares Kapital und Garantien sein. Eine Garantie, das ist prinzipiell ein Versprechen, Geld zu geben. Das heißt, das Geld hat man nicht sofort, aber es ist ein Versprechen, dass wenn man das Geld braucht, das einem gegeben wird. Und von diesen 620 Milliarden Euro sind allerdings wieder 500 Milliarden Euro effektive Kredite und 200 Milliarden Euro Übersicherung für Top-Rating und damit niedrige Zinsen. Das heißt, nicht mal das ganze Geld wird verliehen, sondern das meiste ist einfach nur eine Sicherung, damit Banken im Notfall ihr Geld zurückbekommen. Naja, im Juli 2013 werden dann der EFSF und der EFSM auslaufen. Und damit beginnen wir schon in die Zukunft zu gucken. Das bedeutet nämlich, dass der ESM irgendwann ratifiziert wird. Es ist noch nicht beschlossene Sache, dass es den ESM je geben wird, denn es haben noch nicht alle Euro-Länder zugestimmt. Das wird aber wahrscheinlich passieren. Es gibt kein Land, das sich offen dagegen stellt bisher. Es gibt ein paar extreme Parteien in den Ländern, die sich dagegen stellen, aber die Regierungen sagen alle, das ist eine gute Idee, das machen wir. Deutschland wird dann 27% des Euro-Rettungsschirms übernehmen. Das ist ungefähr so viel wie Frankreich und Italien zusammen. Und damit kommen wir zu ein paar Problemen zum Euro-Rettungsschirm. Erstmal gibt es ein grundlegendes Demokratieproblem, denn es wurde über unsere Köpfe hinweg entschieden. Die Bürger hatten nie eine Wahl mit dem Euro-Rettungsschirm. Man kann jetzt sagen, okay, wir haben die Politiker gewählt, die das beschlossen haben, aber de facto haben die das auch gemacht, ohne uns je nochmal zurückzufragen. Es gibt auch ein paar juristische Probleme. Und zwar haben wir in der EU etwas, das nennt sich die Nicht-Beistandsklausel. Das ist eine Klausel, die sagt, dass Euro-Länder sich nicht gegenseitig helfen dürfen, wenn sie in eine Krise fallen. Das soll verhindern, dass eben die Länder sich alle gegenseitig runterziehen und dann am Ende die ganze Euro-Zone finanziell abstirbt. Und das wäre ja nicht so toll. Andererseits ist unsere Euro-Zone so oder so am Ende, wenn unsere Wirtschaft am Ende ist. Und gerade dieser Euro-Rettungsschirm, der die Länder stabilisiert, könnte auch wieder die Märkte beruhigen und damit die Wirtschaft stabilisieren. Mehr Stabilität in Europa ist immer gut, denn dann gibt es immer mehr Anreiz, Handel in und mit Europa zu führen. Und Krisen sind nie gut, denn die führen auch zu politischer Instabilität und in langer Sicht zu Armut. Die Debatte ist also viel schwieriger als nur eine Frage, ob wir jetzt Griechenland Geld geben, ob wir Spanien Geld geben oder wem auch immer, der gerade Geld braucht. Es ist eine Frage, wie wir unsere Wirtschaft im Euro-Raum gestalten wollen und ob wir uns das überhaupt leisten können, jemandem nicht zu helfen oder ob wir uns das leisten können, auf lange Sicht zu helfen. Das ist eine Frage, wie wir uns das machen können.